Musik Hallo, ich heiße Marina Kowalczykowa, stamme aus Russland und von Beruf aus bin ich eine studierte Schießbauingenieurin. Allerdings seit meiner Kindheit habe ich diesen Traum gehabt, Menschen zu helfen und diesen Traum habe ich hier in Deutschland realisiert. Ich habe auf Beethoven studiert, integrierte Europastudien und jetzt gerade schreibe ich meine Masterarbeit über Deutschspracherwerb für niedrigqualifizierte Migranten. Dafür führe ich einen Sprachkurs am Wochenende. O1 und die Zusammenarbeit mit Radio Globale bedeutet für mich die einzigartige Möglichkeit, an dem gesellschaftlichen Leben hier in Oldenburg teilzunehmen. Wie auch einige Projekte zu entwickeln, die aktuelle Lage von Migranten und Migrantinnen verbessern hilft. Das betrifft besonders ihre berufliche Qualifizierung und Ausbildung. Dazu setze ich mich insbesondere auch für die Roma-Minderheit hier in Deutschland. Die Roma, die mögen Musik und deswegen haben wir die Idee ins Leben gerufen, ein Musikband hier zu gründen. Demokratie bedeutet für mich sehr viel. Ich habe meine Kindheit und Jugend in einem totalitären Regime verbracht. Und deswegen, die Bedeutung von Demokratie ist für mich speziell. Das bedeutet, dass jede Stimme gehört sein sollte. Und dafür setze ich mich ein. Das ist 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 ein. Vielen Dank.